Sie will Anna heißen in diesem Film. Sie weiß nicht, wie die Leute reagieren werden, aber trotzdem will sie reden, will nichts vertuschen, nicht lügen. Früher haben sie die Huren gebranntmarkt mit dem Symbol der Lilie, damit sie für immer erkennbar bleiben. Annas Zeit als Prostituierte geht dem Ende zu. Man merkt, dass man halt nicht mehr das darstellt, was dieser potenzielle Kunde haben möchte. Und der potenzielle Kunde möchte halt gerne knackig, Junge unter 18 am besten. Das ist halt das, was auf den Strich gewünscht wird. Anna ist jetzt 45. Ab und zu empfängt sie noch freier hier in ihrer Wohnung. Stammkunden, nur die, die sie mag, die ihr die Liebsten sind. 20 Jahre hat sie angeschafft, getrieben von der Heroinsucht, kennt kaum ein anderes Leben. Ihren Stolz hat sie sich bewahrt, hat mit der Zeit gelernt, Grenzen zu setzen und sich eine harte Schale zugelegt. Aber trotzdem, je länger sie dabei ist, desto weniger erträgt sie die Demütigung des Geschäfts. Die 80 Prozent der Männer, die einem das Gefühl geben, dass man nur Dreck ist. Die einen quasi als Samenablage Städte benutzen. Die dann ihren 50er auf den Tisch legen und ohne Worte wieder gehen und die wirklich das Gefühl geben, du bist das Letzte, ich benutze dich und im Grunde sind sie ja das Letzte, sie benutzen, sie kommen ja zu mir. Aber trotzdem haben sie es irgendwie so drauf, dass sie mir das Gefühl geben, ja, das Letzte zu sein. Wenn sie die Wohnung verlässt, ist sie mittendrin, in ihrem alten Berliner Revier, auf dem Straßenstrich in der Kurfürstenstraße. Jetzt zum Beispiel, dass ich sage, hopp oder top, sekt oder selters, ich bin jetzt im gewissen Alter, wo ich mich entscheiden muss. Entweder bist du jetzt Domina in meinem Alter, die Frauen, die Prostituierten, die in meinem Alter sind, gehen zum Domina-Bereich rüber. Oder man sagt, ich steige jetzt aus. Aussteigen aus diesem Zuhause, wo ihre Bekannten, ihre Freunde lieben. Eine seltsame Mischung aus Scham und Stolz empfindet sie für dieses Milieu. Keiner ihrer Freunde will vor die Kamera. Noch lebt Anna unter denen, die sie verstehen, die ihren Beruf akzeptieren. Hier war eben nicht alles schlecht, sonst wäre sie vielleicht nicht so lange dabei geblieben. Ich habe den Weg kennengelernt, schnelles Geld zu machen. Und es ist schnelles Geld. Schneller, als du jetzt hinter der Kamera verdienst. Und man gewöhnt sich auch daran, nicht an die Massen des Geldes, sondern an das ist schneller. Du brauchst jetzt 100 Euro, stellst dich hin, hast die 100 Euro und kannst deinen Strom bezahlen. Otto Normalfall aber auch, hat eine Jahresabrechnung, kann es nicht bezahlen. So, das lebe ich an meinem Beruf, dass man da ein bisschen flexibler ist. Und teilweise, dass man auch mit Männern spielen konnte. Weil das GNT, wenn die Männer zu uns kommen, ist ja auch so ein Stück Abhängigkeit. So, er will was von mir und ich kann mit dem, was er will, von mir auch spielen. Das war auch so, hat auch so ein bisschen Oberwasser gegeben. Hat manchmal Spaß gemacht, ja. Sie hat den Kiez wieder im Blick, diese Welt, von der sie nicht loskommt. Es hat sich rumgesprochen auf St. Pauli, Dominika ist zurück. Die neuen Nachbarn der berühmtesten Hure Deutschlands, die einst durch jede Talkshow tingelte. Ja, fein. Er hat mir eine Frau und Daddy jetzt geschenkt hier. Den Daddy habe ich natürlich dem Kind geschenkt. Es war eben nicht mein Schicksal, dass ich keinen netten Mann habe, keine netten Kinder habe. Gut, ich habe mich damit getröstet, man kann andere nette Männer haben und andere nette Kinder lieben. Aber, sagen wir mal, mein Traum war das doch nicht, als Mädchen in Poch zu landen. Na, wirklich nicht. Und aufgrund meiner Bekanntheit bin ich viel schwerer herausgekommen als andere. Dominika Niehoff war Domina in der legendären Herbertstraße, machte gute Geschäfte. Mit 45 stieg sie aus, blieb im Milieu als Sozialarbeiterin auf dem Drogenstrich. Danach versuchte sie es als Kneipenwirtin. Ich bin dann damals hier weg, weil es mir alles zu viel wurde. Nach der Kneipe, die Kneipe mit Schulden zugemacht. Und dann ist mein Bruder verstorben, habe ich ein bisschen geerbt. Ja, dann bin ich da in das Häuschen in die Eifel. Ich wollte meine Ruhe plötzlich. Hätte ich nie gedacht, dass ich auf einmal so auf die Idee komme. Weil es war wohl zu bunt alles da. Es war ja Tag und Nacht, ging es rein und raus. Und das auf Jahre hin. Also man muss ja denken, in der Herbertstraße rein und raus. Danach die Drogenarbeit mit den Mädels rein und raus. Dann die Kneipe rein und raus. Also da habe ich schon meine Ruhe gebraucht. Und deshalb war das ganz gut, dass ich dann das Häuschen geerbt hatte. Aber als ich denn meine Ruhe hatte, wollte ich auch schnell wieder da weg. Und das Dorf, so gesehen, war es auch nett. Die mochten, die wollten schon Kontakt zu mir. Das lag an mir. Und ich habe gedacht, oh, die Rote kenne ich schon lange, die Blonde. Die gehen jetzt alle da hin, da oben in die Freiheit. Und da kriegt man Essen. Die machen auch schon mal eine Tour. Und jetzt ist sie und die anderen zwei, wo sind die denn jetzt? Die stehen davor. Na, die suchen wir in ihrem Tisch, wie immer. Und wir kriegen da auch noch Essen, was gerade da ist. Können wir uns eine Tüte mitbringen. Und dann gibt es mal das oder dieses oder jedes. Also in St. Pauli verhungert keiner. Noch lebt sie vom Erbe ihres Bruders. Aber was dann? Dominika kann von ihrer Bekanntheit nicht mehr profitieren. Ich hätte mal so gern einen Werbevertrag. Na, kann doch mal rückdrehen. Mal so gern. Mir ist noch nie Werbung angeboten worden, wa? Ja, warum eigentlich nicht? Ja, da fragen sie mal lieber die Werbeleute, warum ich keinen Werbevertrag kriege. Ich würde mal gern für Schibo oder so. Wir machen Werbung. Sie wissen doch, wie ich mich mit Ihnen rumstreiten muss, damit man ein paar Mark kriegt. Und was meinen Sie bei den anderen? Meinen Sie, die werben mir das Geld an den Kopf? Wenn ich immer so lese, die Berühmtheiten, die finden 10.000, 15.000, die habe ich nie gesehen. Die kriege ich nicht. Da geht es immer ein paar Hundert drauf, ein paar Hundert runter. Und wenn ich Pech habe, 50 oder 100 Euro. Früh genug müsse man aussteigen, rät Dominika, spätestens ab 40, sich in der bürgerlichen Welt der sogenannten Soliden etablieren. Später habe man keine Chance mehr. Annas Chance kam vor anderthalb Jahren. Da wurde sie ins Methadonprogramm aufgenommen. Einmal die Woche ist sie beim Arzt und holt sich den Drogenersatz. Endlich ist der Teufelskreis durchbrochen. Auf den Strich, um die Drogen zu finanzieren, Drogen, um den Strich zu ertragen. Jetzt hat sie keinen Beschaffungsdruck mehr. Der Weg ist frei, zu einem normalen Leben. Ja? Ja. Und jetzt hier ist das Polamidon für sieben Tage. Einmal bitte hier trinken. Dankeschön. Das Leben ist ja mal hoch, mal tief. Es hat Spitzen, es hat negative Gefühle. Und wenn jemand Drogen konsumiert, ist es auf so einer Nulllinie. Man empfindet nichts Positives mehr und nichts Negatives. Und sehen wir uns nächste Woche Mittwoch und mit dem Medikament für... Das gebe ich jetzt mit. Okay. Gesundheitlich schwer angeschlagen von dem Leben auf dem Drogenstrich. Aber ihre Gefühle kehren langsam zurück. Zum Beispiel, wo ich mit meiner Mutter letztens telefoniert habe, wurde mich gefreut und konnte das auch richtig empfinden. Und konnte das auch meiner Mutter ganz offen sagen. Oder dass ich zum Beispiel geweint habe am Telefon. Was mir mit Drogen zum Beispiel nicht mehr passiert ist. Wo halt so eine Gefühlskälte herrscht. 13 Jahre lang hatte sie kaum Kontakt zu ihrer Familie. Sie war abgetaucht. Jetzt plant sie ihren ersten Besuch zu Hause, nach so langer Zeit. Die Strandpromenade Playa de Palma auf Mallorca. Lisa Moos fährt nur noch selten hierher. Vor 15 Jahren ist sie mit ihrem Sohn auf die Insel gezogen. Der legendäre Ballermann war damals für Prostituierte noch eine sprudelnde Geldquelle. Lisa Moos ist nicht ungern Hure gewesen. Für Drogen war ihr das Geld zu schade. Angeschafft hat sie immer im Bordell, nie auf der Straße. Vor vier Jahren bediente sie ihren letzten Freier. Das Ende eines wilden und anstrengenden Lebens. Ich bin intelligent genug, um zu wissen, dass es auch jederzeit anders hätte enden können. Das ist immer so ein Scheuer. Wo Sex und, sagen wir mal, Drogen, Gier und Geld zusammenkommen, kann auch Schlimmeres passieren. Muss nicht immer so gut ausgehen, dass man hinterher lächelnd ein Interview gibt. Ich hadere nicht mit meiner Vergangenheit. Bin ja auch nicht böse drum. Ich sitze hier auch nicht und denke, oh Gott, wie schlimm war das alles. Nö. Hat das mir ja selber so ausgesucht. Hatte auch meine Spaßmomente dabei. Ja, und jetzt mache ich was anderes. Jetzt schreibt sie. Im Café kann sie sich am besten konzentrieren. Nach zahlreichen gescheiterten Versuchen, in der soliden Welt Fuß zu fassen, entdeckte sie das Schreiben und ihre Lust, offensiv mit ihrer Geschichte umzugehen. Ich habe das ausgekotzt, die ganze Sache, innerhalb kürzester Zeit. Ich habe das Buch nur in drei Wochen geschrieben. Und für das zweite habe ich ein bisschen länger gebraucht. Es war ein Ausbrechen des Lebens einfach. Und danach war, ja, ich habe alles mitgeteilt, alles erzählt. Und das war wie abgeschlossen dann. Dadurch war auch der Weg zurück zu. Verstörend, tabulos, das Protokoll eines Hurenlebens. Auch abstoßend. Ein Leben geprägt von Extremen, von Konsumlust, von exzessiven Nächten und verschlafenen Tagen. Die Autobiografie wurde zum Bestseller. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, was passiert jetzt, wenn die Leute das lesen. Es war mir echt einfach egal. Schonungslos offen beschreibt sie auch ihr Leben als Dominar. Als am Ballermann die Konkurrenz zu groß wurde, wechselte sie in die Sadomaso-Szene. Für viel Geld erfüllte sie an abgelegenen Orten der Insel die perversen Wünsche ihrer deutschen Kundschaft. Inszenierte aufwendig deren Sexfantasien. Das gehörte für sie zu ihrem Beruf. Irgendwann bekam sie Angstattacken, Depressionen, musste stationär behandelt werden. Also die Angstattacken sind bei mir ausgelöst worden in Momenten, in denen ich versucht habe, mein Leben, meine Vergangenheit zu verleugnen. Indem ich versucht habe, jemanden darzustellen, der ich gar nicht war, gelogen habe bezüglich meiner Vergangenheit. Und für Jahre ein Gerüst erfinden musste, was ich wo, wann gemacht habe, welche Ausbildung ich wo was hatte, was alles gar nicht stattgefunden hat. Und dann mich so verstrickt habe in dieses Lügennetz, weil immer wenn eine dritte Person dazugekommen ist, die eventuell was anderes wusste oder wo eine andere Information hatte oder die vielleicht sogar die Wahrheit wusste. Und man fühlt sich dann so schlecht, man bekommt das Gefühl, man hat Fehler gemacht jahrelang. Trotzdem schweigen die meisten. Nur untereinander sind sie offen. Dominika Nioff hat Besuch von alten Freundinnen. Sie plaudern von vergangenen Zeiten in der Herbertstraße. Im Milieu schien früher alles besser. Der Blick zurück verklärt sich, denn die Gegenwart ist trostlos. Ich habe ja noch erlebt, dass da 70 Jahre hier im Fenster saßen. 70 und 80 Jahre, die alte Gretz, die alte Hanschen. Ja, Hanschen. Die sind ja alle tot jetzt. Ja, da konnten die wohl noch alt werden damals. Aber ich habe das schon mal erlebt an der Herbertstraße am Tor. Da wollten die soliden Frauen rein und haben ganz enttäuscht gesagt, wie, die haben ja was an, die sind nicht nackt. Als wären wir da ganz nackt. Hast du das gestern gesehen? Der eine, der geht doch durch die Herbertstraße jetzt und zeigt den soliden Frauen, der... Ja, hier, hier, der rennen hier erstmal. Ach, der extra Stadt, oder? Ja, was meinst du denn hier, was hier los ist? Und da war ich für sauernd. Jetzt lasst du mich aussprechen. Jetzt lasst du mich aussprechen. Ich bin wütend auf diese Kerle, die hier jetzt an unserem Fleisch ihr Geld verdienen wieder. Und wieder die soliden verdienen an unserem Geld, an unserem Fleisch. Und wie viele Frauen sitzen in der Kaffeeklappe und haben keine Arbeit? Ich würde gerne diese Stadtführung machen. Diese hier St. Pauli-Führung. Nee, haben sie schon wieder hier soliden vorgetrennt? Sie fühlen sich von der Gesellschaft verraten. Jeder dritte deutsche Mann, so eine Hochrechnung, soll Kontakt zu Prostituierten gehabt haben. Regelmäßig oder mindestens einmal. Kaum einer gibt es zu. An den Folgen der sexuellen Dienstleistung haben nur die schwer zu tragen, die sie anbieten. Du wirst nirgends mehr eingestellt. Noch nicht mal als Verkäuferin. Weil da könnte ja ein Kunde kommen, der dich erkennt. Oder womöglich der Filialleiter war schon mit dir aufs Zimmer. Das ist mit Kindern, um Gottes Willen. So eine Frau lasse ich doch nicht an meine Kinder. Als wäre ich eine Kinderschänderin. Ich liebe Kinder. Ich habe keine, aber ich liebe Kinder. Egal in welchem Beruf. Überall. Ich weiß, dass es einige wenige nette Männer gibt. Aber ich weiß, dass der Großteil der Männer ihre Frauen betrügt. Und ich weiß, dass der Großteil der Frauen zu Hause sitzt und nichts verahnt von dem, wie es die Männer gerne hätten. Und ich weiß es und ich bin übersatt davon. Ich habe auch die Hoffnung begraben, noch einen Mann kennenzulernen. Also es wäre schön, aber Sex hat mich sowieso nie interessiert. Es wäre schön als Partner oder so zum Schmusen, zum Kuscheln oder auch zum Streiten oder zum Lachen. Aber es muss nicht sein. Ich fühle mich in vieler Hinsicht stigmatisiert. Dass ich auch in Gesprächen immer aufpassen muss, was darf ich erzählen, was darf ich nicht erzählen. Dass ich denn, wenn ich anfange zu erzählen, genau weiß, ich muss mich bremsen, damit ich mich jetzt nicht verplappere. Auch sie will ihren richtigen Namen nicht nennen. Madeleine ist Anfang 50, HIV-infiziert, Frührentnerin. Seit sie clean ist, versucht sie das Leben zu genießen. Im Hamburger Stadtteil St. Georg hat sie bis vor 16 Jahren angeschafft. Für Madeleine ist es von Anfang an die Hölle. Die Droge Kokain zerstört ihren freien Willen. Das Geld reicht nie. Die eigenen Grenzen fallen. Sie verliert die Kontrolle. Als ich aber nachher auf Kokain war und richtig drauf war und total abgestürzt bin, bin ich auch mit den Autos mitgefahren. Also auch für weniger Geld und in jedes Auto eingestiegen und wusste nicht, wo die Freier hinfahren. Und bin sehr gewaltigt worden oder habe kein Geld gekriegt oder ach, ich weiß es nicht. Das ist, wo man sich selbst nicht mehr angucken kann. Wo man stundenlang duschen könnte und immer noch denkt, man ist Dreckig. Wo man, ich weiß nicht, man mag nichts mehr essen, man mag nicht mit, man denkt, keiner darf einen anfassen. Man besteht nur noch aus Dreck und ach, nee, weiß ich nicht. Das ist so ein gemütlicher Kater. Was mir ein bisschen leid tut, der ist überhaupt nicht mehr schmusst. Mein anderer war total schmusig. Er will eigentlich nur fressen, schlafen und nicht gestört werden. Ja, gerade wenn man alleine ist. Sonst hätte ich mir auch einen Fisch oder einen Vogel holen können. Ich hatte einen großen Spiegel, den hat mir Chana zertrümmert, mein letzter Kater. Und da war ich richtig dankbar. Eben weil ich so dick geworden bin, ich mochte mich nicht mehr sehen. Ich finde nichts zum Einkaufen. Ich finde keine schönen Klamotten. Und wenn denn irgendwelche alten Oma-Klamotten. Ich bin vom Wesen her keine alte Frau. Ich will mich auch nicht so anziehen. Dann habe ich wenigstens bis vor einem halben Jahr noch ein einigermaßen hübsches Gesicht gehabt. Jetzt noch und noch gehen die ganzen Zähne kaputt. Nun kriege ich Gott sei Dank bald neue Zähne. Ich mochte auch kaum jemanden in meine Wohnung lassen, weil ich mich schäme. Weil ich denke, das ist ärmlich eingerichtet. Ist klein, ist ärmlich. Ich weiß nicht. Ja. Bei mir ist vor einem Jahr X ausgebrochen. Mit dem Ergebnis, dass ich zur Zeit, ich kann einen Tag Sachen erledigen. Und einen Tag muss ich zu Hause bleiben. Und ich kann die Dinge nicht mehr tun, wenn ich sie erledigen muss. Sondern dann, wenn ich sie erledigen kann. Wenn ich körperlich dazu in der Lage bin. Also ich bin total eingeschränkt. Und das passt mir von meinem freies Ding hier überhaupt nicht. Madeleine erzählt die tragische Geschichte eines ungeliebten Kindes. Über Jahre hinweg seelischen Grausamkeiten ausgesetzt. Die Mutter verwehrte dem hochsensiblen, begabten Kind jede Zuneigung, jede Chance. Gebetsmühlenartig trichterte sie ihr ein. Sie tauge nichts, sie sei nichts wert. Hübsch war sie, vorzeigbar und intelligent. Doch den Schaden, den ihre Seele in der Kindheit und Jugend nahm, konnte sie selbst nicht heilen. Auf einer Indienreise schließlich fand sie Trost bei den Drogen. Erst Morphium, dann Heroin, dann Kokain. Ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Ich hätte es nicht anders machen können. Und wenn ich nicht drogensüchtig geworden wäre, dann wäre ich Säuferin geworden oder ich hätte mich umgebracht oder ich wäre in der Klasse gelandet. Aber eins von beiden, eins von allem war nur möglich. Also schäme ich mich dafür nicht. Aber ich bin stolz darauf, dass ich es gepackt habe, aufzuhören. Aber das andere mit einem Strich, weiß ich nicht. Wenn ich mit einem fremden Mann mitgehe, den ich noch nie gesehen habe und nie wieder sehen darf und muss mich aussehen vor dem und der darf mich anfassen, dann schüttelt es mich. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Der Weg in die solide Welt ist schwer kalkulierbar. Anna will daran glauben, dass sie eine Chance hat. Erste Schritte macht sie bei Jobstart, einer Einrichtung, die sich um Menschen kümmert, die gestrauchelt sind und zurück ins Berufsleben wollen. Ihr Tag hat jetzt Struktur mit festen Zeiten und Pausen. Denkt man einfach auch mehr so an persönliche Qualifikation, Persönlichkeit, an etwas, was eine Persönlichkeit ausmacht. Teamfähigkeit. Genau, Teamfähigkeit ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt im Arbeitsbereich. Kritikfähigkeit, genau, ein weiterer wichtiger Punkt. Was erwarten Kollegen und Vorgesetzte von ihr im Arbeitsalltag? Anna lernt die Regeln der Berufswelt und sie will das unbehelligt tun, ohne dass die Mitschüler ihre Geschichte kennen. Also in der Zeit, wo ich jetzt hier bin, möchte ich nicht, dass das männliche KNT oder die männlichen Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten, das wissen. Was im Nachhinein ist, wenn das hier beendet ist, ist erstmal egal. Aber in dem Moment, wo ich hier bin, nicht, weil ich mich dafür schäme oder weil ich Angst habe davor, sondern weil ich mir einfach nicht die Chance wegnehmen lassen möchte, hier ganz normal wie jede andere Frau auch etwas zu lernen, etwas mit rauszunehmen und ich möchte auch nicht, dass irgendein Mann, der auf einmal auf meinen Arsch geil wird oder sonstige Gefühle in die Hose kriegt, meint auch, die hat doch angeschafft, die kann es doch bestimmt mal anbaggern. Für eine gewisse Summe. Und das möchte ich hier auf keinen Fall aufkommen lassen. Das ist der Grund, warum ich das hier nicht sagen werde. Sie will hier die eigenen Möglichkeiten entdecken, den eigenen Wert finden, jenseits von Zeugnissen und Diplomen. Was kann ich, was will ich? Der Strich hat sie geprägt und auch dort hat sie Fähigkeiten erworben. Im Laufe der Jahre habe ich schon, denke ich, mir sehr gut gelernt, Menschen zu beurteilen. Und das halt auch in rasender Geschwindigkeit. Ich kann mich zum Beispiel sehr gut verkaufen. Nicht nur im Prostitutionsbereich, das nehme ich dann auch mit, wenn es endgültig alles abgeschlossen ist, nehme ich auch mit ins neue Leben und ich denke mir, wenn man sich gut verkaufen kann, im Vorstellungsgespräch musst du dich auch verkaufen, muss man auch das möglichst beste Bild für sich darstellen und ich denke, dass das Eigenschaften sind, die mir vielleicht weiterhelfen. Meine Hoffnung halt, einen guten Job zu finden im kreativen Bereich. Mediendesign. Halt, wo ich meine Gedanken und Kreativität umsetzen kann. Hoffnung, Zweifel und die Qual mit dieser wichtigen Frage, wie umgehen mit der eigenen Geschichte. Was sagen im ersten Vorstellungsgespräch? Sollte sie sich doch zwingen, ihr Leben zu verleugnen? So wie ich jetzt denke, glaube ich, dass ich sagen werde. Weil ich nicht in die Situation kommen möchte, dass ich irgendwann mal auf meinem Arbeitsplatz erscheine und dann getuschelt werde und ich natürlich ganz genau mitkriege, es geht über mich und irgendjemand hat mich mal irgendwo gesehen. Das ist natürlich tödlich dann. Aber so kann man an und für sich damit den Wind aus den Segeln heben, dass ich halt, Angriff ist die beste Verteidigung. Auf der Sonneninsel Mallorca hat Lisa Moos bereits alle düsteren Facetten des Ausstiegs durchlebt. Zuvor hatte sie die vermeintlich heile Welt der Bürgerlichen nur von außen betrachten können, beim Schaufensterbummel in Palma. Ihr Leben als Hure und alleinerziehende Mutter schien weitaus anstrengender zu sein. Der Wunsch, in der soliden Gesellschaft zu leben, war latent immer so ein bisschen vorhanden. Allerdings nicht, weil ich das Leben angestrebt habe, sondern die Leichtigkeit, die diese Leute für mich ausgestrahlt haben. Den Satz, den ich immer mal sagen wollte, ist an der Tür, mein Mann ist nicht da. Ja, also ich habe mir immer gedacht, wenn mal jemand klingelt, der was von mir will, dann möchte ich auch mal aufmachen und sagen, oh tut mir leid, mein Mann ist nicht da, können Sie bitte später kommen. So, ne? Und das hat mir gefehlt. Über all die Jahre war es ihr nicht gelungen, eine dauerhafte Beziehung zu führen. So probierte sie den Ausstieg immer dann, wenn sie sich ernsthaft verliebte. Auch bei einem ihrer letzten Versuche wollte sie ihre neue Liebe nicht verlieren. Ich wollte immer voll hundertprozentig Arbeit leisten, habe alles gemacht, was sie wollten. Und habe mich dann immer so, habe immer gesagt, betrüge meinen Freundes. Weil das ist für mich nicht diese Geschichten, die die Prostituierten zu Hause erzählen. Ja, wir fassen uns nicht wirklich an, wir schieben Falle, Zungenkuss gibt es nicht, Orgasmus auch nicht. Das ist wirklich ein Blödsinn. Da wird gerammelt, geschwitzt, geleckt, geblasen, geküsst. Und da kommt es auch mal zum Orgasmus. Weil der Körper ja kein Apparat ist. Und wenn da zwei Jahre drauf rumgedrückt wird an jeder Ecke, dann springt irgendwann der Motor an. Bei irgendeinem Kunden, wie auch immer. Also kann man nicht sagen, man hat Lieblingsgäste, man hat Gäste, mit denen kuschelt man, man hat Leute, mit denen kann man sich super unterhalten. Man hat richtig guten Sex. Und das nimmt man auch wahr. Also es ist nicht so, dass man jetzt nur, natürlich nimmt man das wahr, man ist ja live dabei. Und da habe ich mich gefühlt, als wenn ich das betrüge und darum musste ich aufhören. Ich musste aufhören dann. Aber wie alle Prostituierten stand Lisa Moos bei ihrem Versuch, ins bürgerliche Leben zurückzukehren, vor einem typischen Problem. Ich habe natürlich durch die Prostitution riesige Lücken in meinem Lebenslauf gehabt. Ich konnte nicht nachweisen, was habe ich gemacht. Ich hatte keinerlei irgendwelche Experten, außer einen Kochkurs von 1981. Ein Kunde von meinem Sohn, die beste Mutter. Als er sechs war, hatte ich keinerlei Zeugnis oder irgendwas, was ich vorlegen konnte. Nach vielen Rückschlägen bekam sie schließlich in einer Internetfirma eine Chance. In der Chefetage gab es jemanden, der sich an ihrer Vergangenheit nicht störte und sie einstellte. Für kurze Zeit durfte sie eintauchen in die Arbeitswelt, abseits des Milieus. Ich habe mich da auch wohl in der Firma gefühlt. Ich hatte zum ersten Mal so das Gefühl, Feierabend, das Feierabend-Gefühl, noch schnell was einkaufen gehen, was koche ich denn heute. Ich hatte mich so ein bisschen, fand das toll, so auch was anderes zu leisten. Mal am Computer, also nicht immer nur die Beine breit zu machen, sondern auch mal irgendwie was zu können, noch was anderes zu können. Das ist ja gar nicht so einfach heutzutage. Ja, und dann habe ich so eine Ohrfeier gekriegt, das war mir richtig schlecht geworden. Sie hatte keinen Hehl aus ihrer Vergangenheit gemacht, glaubte, man akzeptiere sie. Aber schon bald zeigte sich, dass nicht alle ihrer Vorgesetzten tolerant waren. Der Eklat kam zum Weihnachtsfest. Gleich ein paar Wochen später war so Wichtelpäckchen. Jeder zog einen Namen und musste dem ja was mitbringen. Ja, und dann kriegte ich dann also ausgerechnet von meinem Chef einen Riesen-Gummipenis, der so schwabbelte. Alles lachte und die anderen hatten kleine Ringe gekriegt, kleine schöne Sachen, kleine Perlen, irgendwas auf den Schreibtisch zu stellen, Bilderrahmen, also irgendwas Nettes. Ich bin nach Hause gefahren, weiß ich noch, und habe fürchterlich geweint und habe mit meinem Auto, ich habe den ganzen Wagen verbeult. Ich habe jeden Mülleimer umgerammelt, den ich gesehen habe. Und bin dann nach Hause gegangen, habe total verheult und habe Migräne gekriegt und habe gedacht, was ist denn jetzt los? War ja auch gleichzeitig die Kündigung natürlich gefolgt, war eine sofortige, fristlose Kündigung, weil ich meinen Chef natürlich auch verbal negativ tituliert habe. Anna in der Kurfürstenstraße in Berlin. Sie würde sich wie eine Versagerin fühlen, wenn sie hier wieder landen würde. Direkt an dieser Straße aber gibt es einen Zufluchtsort für die Mädchen vom Strich, eine Oase der Ruhe, wo den Männern der Zutritt verboten ist, wo sie warme Mahlzeiten bekommen und medizinische Betreuung. Anna kommt regelmäßig hierher zu Olga, diesem Kontaktladen für Prostituierte und Drogenabhängige. Hier wird sie bei ihrem Ausstieg psychologisch betreut. Sie ist jetzt entschlossen, ihre Mutter wiederzusehen. Ein Thema, das sie mit ihrer Sozialarbeiterin besprechen will. Auf gleicher Ebene, so was du gerade gesagt hast. Früher war es so, die mächtige Mutter, immer darauf gedacht, ihr den Weg zu weisen und heute ist es eine gleichwertige. Hast du für dich dir auch Sachen vorgenommen, die du auch in Zukunft grundsätzlich? Erfahrungen einzuhalten und nicht so oberflächlich zu sein. Kommst du heute nicht, kommst du morgen. Hier kann ich mich austauschen, wenn ich mich erinnere. Und da brauche ich auch keine Angst haben, dass das weitergetragen wird, was man bei Freunden oder Bekannten irgendwie nie weiß, ob das halt dann seine Runden dreht. Das ganze Milieu ist ausgerichtet auf Unehrlichkeit. Wir verkaufen ja nichts Echtes, obwohl sich das manche so vielleicht in ihrem Kunden, manche sich in ihrem Kopf zurecht basteln, dass sie für ihre harte Wehung echte Gefühle kriegen. Und auch das Untereinander der Frauen ist nicht echt. Das ist ja auch irgendwie eine Zwangsgemeinschaft. Also da ist keine Ehrlichkeit. Da ist wohl ein gewisser Ehrenkodex zum Beispiel, dass man nie seinen Kunden preisgeben würde. Aber Ehrlichkeit? Anna muss sich ein neues soziales Netz aufbauen. Sie braucht Verlässlichkeit ohne die Verführung des Drogenmilieus. Beinahe jeden Tag hat sie in letzter Zeit mit ihrer Mutter telefoniert. Obwohl sie sich 13 lange Jahre nicht gesehen haben, zieht sie jetzt Kraft aus der Gewissheit, eine Familie zu haben. Auch für Lisa Moos war die Familie, ihr Sohn Christian, der Grund, den Kopf oben zu halten, nicht abzustürzen. Christian, ihr Erstgeborener, war immer an ihrer Seite. Ihren zweiten Sohn hatte sie früh zur Adoption freigegeben. Das war ihr sehr schwer gefallen, aber ihr Alltag hatte es nicht zugelassen, zwei Kinder alleine großzuziehen. Sie wollte, dass der Kleine in geregelten Verhältnissen groß wird. Aber Christian, sagt sie, habe sie durch ihr Hurenleben geschleift, ist unzählige Male mit ihm umgezogen. Das einzig Verlässliche war ihre Liebe zu ihm. Ich bin total zufrieden mit meinem Leben. Ich danke ihr auch dafür, weil es auch viel mir geholfen hat, stark zu werden in dem Sinne. Ich musste mich halt um alles kümmern mit meiner Mutter. Wir haben alles zu uns geteilt immer und von daher habe ich halt mehr Selbstständigkeit erworben. Und schon, also auch, bin auch so im Frühjahr erwachsen geworden, denke ich mal, dadurch. Er hat den Haushalt versorgt, wenn sie die Tage verschlief. Er hat sich gekümmert, wenn sie verzweifelt oder krank war. Also Christian ist schon sehr viel konservativer wie ich und er hat mal zu mir gesagt, ich habe das ganze Negative, was er eigentlich erlebt hat, hat er eigentlich nicht nachgemacht, wie man es befürchten könnte. Sondern er hat das für sein eigenes Leben ausgeschlossen. Ich finde, ich fand es gut eigentlich. Ist das so? Ja, schon, also ich habe sozusagen den Weg gelernt, wie man es nicht macht. Genau. Und habe jetzt genau das Gegenteil gemacht. Er macht wirklich genau das Gegenteil. In den nächsten Tagen will er heiraten. Seine spanische Freundin ist die Frau seines Lebens. Er liebt sie von Kindertagen an und ist ihr seitdem treu. Die beiden wollen die Hochzeit besprechen, eine große, streng katholische, bürgerliche Hochzeit. Der Familie seiner Braut haben die beiden erzählt, Lisa sei Dolmetscherin. So sei es einfacher, finden alle drei. Ein Streit soll das junge Glück nicht stören. Und dann müssen wir hier unterschreiben gehen. Und... Oh, hier muss ich wollen. Musst du nicht wollen. Doch, ich muss die ganze Zeit schon vorher schon wollen. Und dann ist die ganze Zeit schon vorher schon wollen. Das sind verschiedene kleine Torten, wo wir dann durchschneiden. Schokotorte. Darf ich zwar nicht verdorben, aber... Warme Schokotorte mit Karten und Vanillereis. Oh, lecker. Ihr Sohn Christian hat Abitur, spricht mehrere Sprachen fließend, ist angestellt bei einer Spezialwerkzeugfirma, hat ein regelmäßiges Einkommen und eine monogame Liebe. Lisas Versuche, sich zu integrieren, sind gescheitert. Die andere Berufswelt hatte für sie nur eins parat, Ernüchterung. Schwierig war einfach erstmal die Philosophie von denen zu begreifen, weil auf der einen Seite sagt man die Welt der Soliden und auf der anderen Seite war da mehr Sodom und Gomorra als im Milieu. Mehr Lug und Betrug, mehr sexuelle Fremdgeherei und weiß ich nicht was alles. Ich fand das schlimmer, was die gemacht haben. Ob das da Schwarzgeld war, Schiebereien, Betrügereien, ob das dann Finanzamt... Also all diese Sachen fand ich, ich hab gedacht, es gibt keinen Grund für diese Leute sich besser zu fühlen als die Prostituierten. Noch nicht mal als die Prostituierten, die das Geld für Heroin brauchen. Auf ihre Art hat sie es auch geschafft, sich ein neues Leben zu bauen. Sie will ein Kind adoptieren aus der Dominikanischen Republik. Sie hat ihre große Liebe gefunden, den Mann an ihrer Seite. Sie verkauft ihre Bücher, betreibt eine Partneragentur im Internet. Vor allem auf das neue Kind freut sie sich. Ihre Vergangenheit als Hure ist immer mit dabei. Daran wird sie gemessen. Also ich kann mir vorstellen, dass einige Leute sagen werden, naja, ist klar, hat einen selber weggegeben und will jetzt ihr Gewissen beruhigen oder will jetzt irgendwas gut machen. Quatsch, ist völliger Blödsinn. Man kann sowieso ein Kind nicht mit dem anderen austauschen, ersetzen oder wie auch immer. Ich hab jetzt einfach ein anderes Leben. Ich hab viel mehr Zeit, viel mehr Ruhe. Ich bin in mir viel ausgeglichener. Ich liebe alle Familienfeste. Ich liebe Weihnachten, Kindergeburtstage. Ich möchte Laternen basteln. Natürlich möchte ich viele Sachen, die ich bei meinem Sohn, speziell Christian, versäumt habe, natürlich möchte ich die auch nachruhen. Frieden schließen, wenn schon nicht mit der Gesellschaft, dann wenigstens mit sich selbst. Madeleine findet Ruhe und Hoffnung im christlichen Glauben. Für mich ist nur wichtig, dass man einen hat, an den man glauben kann. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie spüre ich, dass ich nicht vergessen bin. Immer wieder. Und auch, ich bin, ich hab schon so viele schwere Krankheiten überwunden, wo alle andere längst tot wären. Und ich, ich denk mir, es muss irgendeinen Grund haben, warum ich noch überlebe. Ich hab zwar noch nicht rausgefunden, warum. Aber ich denke, irgendeinen Grund gibt's dafür. Guck mal, alles wieder neu. Alles neu. Hier war früher auch was anderes drin. Mensch, ich war her. Aber wenigstens haben wir noch ein Imbiss. Dominika verlässt ihre neue Wohnung selten. Langsam findet sie zurück in ihre alte Welt, die Reeperbahn. Für sie hält der Kiez nicht mehr bereit, als Erinnerungen und alte Bekannte. Da bist du ja. Endlich komm ich auf dich zu. Niemand konnte sich hier vorstellen, dass sie jemals woanders Fuß fassen könnte. Ich war spätig und ich auch, hallo, Jacky. Wie bist du über die Papiere? Ich wollte eigentlich ein neues Leben woanders anfangen. Ach, du gehörst zu St. Pauli, was willst du denn? Aber wenn man einmal hier war, kommt man hier auch nicht mehr weg. So ist das. Und was mag ich? Zucker und alles? Naja, die Hälfte, die kleine Zähne. Ja, nicht so viel essen. Auch Dominika wird in absehbarer Zeit von Sozialhilfe abhängig sein. Wie viele andere geht sie fast täglich in die Kaffeeklappe, einem Treff für Prostituierte. Ist das jetzt mein neuer Kontostand? Viel Geld hatte sie zwischendurch verdient. Schnelles Geld. Etwas zurücklegen, sparen, das schafft kaum jemand im Milieu. Kontostände, Bürokratie, die eigene Verwaltung, das gehört zum Alltag der Soliden. In ihrem Geschäft zählte jahrzehntelang nur das Bargeld. Hier lässt sie sich helfen und ist unter ihresgleichen. Das ist dein Alter da, dein alter Kontostand. Das sind die Eingänge, die Ausgänge und das ist der aktuelle Salve. Neue, solide Leute kennenzulernen, die eben nicht nur gönnerhaft sagen, ja, Kind, das ist doch nicht, wenn du mal angeschafft hast. Aber wir haben immer das Gefühl, dass sie im Nachhinein doch lachen. Ich guck mal da und so. Oder vielleicht, ich hab sogar bei mir das Gefühl, dass die Frauen ihre Männer wegreißen von mir. So ungefähr, als wenn ich ihre Männer überfallen will, noch immer mitzerre, obwohl ich schon lange ausgestiegen bin. Also deshalb habe ich das Problem. Weil ich mich manchmal auch einsam fühle, bin ich ganz ehrlich. Ich müsste doch gar nicht einsam sein. Vielleicht können wir uns nur selber vertrauen, wenn es ins Eingemachte geht. Das heißt wirklich, wir gönnen den anderen nicht, dass sie auch noch über uns lachen. Anna hat ihre Mutter oft enttäuscht. Immer wieder versprach sie, Schluss zu machen mit dem Strich und den Drogen. Jetzt, nach 13 Jahren, ist es ihr wirklich ernst. In zahlreichen Telefonaten hat sie sich vergewissert, dass sie kommen darf, ohne etwas verschweigen zu müssen. Meine Mutter steht einfach dazu. Und nicht nur innerhalb unserer Familienwände, sondern auch nach außen hin. Und das ist mir auch wichtig. Weil man kann zu jemandem sagen, ich stehe zu dir, aber nur solange die Tür zu ist. Und solange die Tür auf ist und die Öffentlichkeit das mitbekommt, dann kann ich nicht mehr zu dir stehen, weil ich mich dann genieure. Weil auf so etwas kann ich verzichten. Also dann könnte ich auch auf die Liebe. Dann ist die Liebe auch nicht ehrlich, finde ich persönlich. Hör auf zu weinen, Mama. Annas Mutter hatte bis zur völligen Erschöpfung um sie gekämpft. Hier in Dortmund begann vor 28 Jahren Annas Leben auf dem Drogenstrich. Jetzt gibt es viel zu besprechen, viel zu klären. Am Anfang habe ich mir jedes Buch geholt, habe mir das reingezogen. Und um das zu verstehen, um das zu verstehen, warum. Aber ich glaube, dieses Warum darf man nie fragen im Leben. Hat sie mich auch gefragt, warum. Warum bin ich schuld, habe ich immer gefragt. Ist irgendwas schuld? Da ist niemand schuld dran. Das hast du mir dann hinterher mal gesagt. Du hast mir mal gesagt, Mama, das darfst du nicht sagen. Du hast eine Schuld. Du hast mir die Drogen ja nicht gegeben. Du hast keine Schuld. Und alles andere, was drumherum gewesen ist, was ich dafür machen musste, war auch nicht schön für dich. Natürlich nicht. Ich glaube, da wärst du früher oder später. Aber ich kann dazu stehen jetzt. Ja. Und wenn ich dich nie liebgehabt hätte, hätte ich das alles nicht gemacht. Nur ich habe nachher keine Kraft mehr gehabt. Die Kraft hatte mich dann auch nach ein paar Jahren verlassen. Ich konnte dann nicht mehr. Also im Zug war ich ja noch ein bisschen, ich freue mich, ich freue mich. Und jetzt ist es auch belastend. Weil die ganzen Bilder wieder hochkommen, was ich hier in Dortmund gemacht habe. Wo ich mein Geld gemacht habe, wo ich Drogen genommen habe. Und es kommt alles hoch. Es sind immer Probleme, ne? Mit Messer, Zuhälter und so. Scheiße ist das, ne? Ja. Okay, das ist ja. Viel Glück noch, ne? Tschüss.